Dieser Videoclip zeigt, wie Sie es erreichen können, dass Elemente, die an prioritätsbasierten Verbindungen teilnehmen, schneller angezeigt werden. Um die Arbeit mit Verbindungen auf Prioritätsbasis zu beschleunigen, wurde ein permanenter Cache für die Speicherung der Daten von früher bearbeiteten Verbindungen erstellt. Auf diese Weise braucht Archicad bei der Anzeige nicht jede einzelne Elementverschneidung neu zu berechnen. Aktivieren Sie Optionen, Arbeitsumgebung und den Befehl Besondere Verzeichnisse, um die Lage des Cache-Verzeichnisses anzuzeigen. Öffnen Sie dieses Verzeichnis auf dem lokalen Computer. Hier finden Sie Archicad 64 Cache-Verzeichnis und innerhalb davon können Sie auch das Verzeichnis Permanent Cache finden. Das ist der Ort, wo die Daten zu den Verbindungen auf Prioritätsbasis gespeichert werden. Die Cache-Daten werden gespeichert bzw. aktualisiert, wenn Sie die Projektdatei schließen. Jedes Projekt hat eine eigene Cache-Datei. Die maximale Menge von Speicherkapazität, die der Cache verwendet, beträgt 10 GB. Wenn die Größe des Verzeichnisses diese Grenze übersteigt, wird Archicad die ältesten Cache-Dateien löschen, bis die Größe des Verzeichnisses zurückgeht und das Limit von 10 GB erreicht. Jahrhahn. Änd і Untertitelung des ZDF, 2020